Jo, hallo und willkommen wieder hier auf meinem Kanal Inkev. Ja, mal wieder die tägliche Dosis Trash, würde jetzt Da Vinci sagen. Ne, pass auf, es geht weiter, ja, mit dem Storytelling von Aline Bachmann der Zeit. Wir hatten das letzte Mal das angeguckt, irgendwas mit den Pferden und so, oder irgendwas mit einem Livestream, wo sie da aufgelöst war. Jetzt hat Drama Detective noch einen zweiten Teil rausgehauen, mit, dass die Pferde irgendwie Hilfe brauchen und so. Also jetzt bin ich auf jeden Fall aber ganz, ganz gespannt. Und ja, mal schauen, was da so passiert. Meine Katze ist auch schon ganz gespannt, ne, die chillt hier auch. Mali, was sagst du dazu? Ne, genau, das sag ich auch dazu. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Mal schauen, inwiefern die Hilfe brauchen. Von Drama Detective, ja, gönnt euch das Video auch selber. Der Link dazu ist oben in der Beschreibung. Und, äh, gibt den Rack, ja, Kuss. Hi, Detectives. By the way, auch danke für den Support hier auf meinem Kanal. Das ist echt insane, ohne Scheiß. Der Support hier war noch nie so groß. Also, ein Ding ist Dankeschön dafür. Schreibt mal eine 175 in die Kommentare, wenn ihr bisher geschaut habt, weil dann seid ihr Ehrenmänner. Und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Episode von Drama Detective. Und heute geht es nochmal um das Thema Aline Bachmann und auch speziell um die Pferde. Das Thema lässt mich tatsächlich nicht los. Ich mache mir echt Gedanken um diese Pferde und ich frage mich die ganze Zeit, wie man helfen könnte. Falls jemand wirklich noch eine explizite Intervention weiß, bitte lasst es mich wissen. Weil das Thema beschäftigt mich sehr und, ähm, ihr werdet gleich auch noch sehen, was jetzt schon wieder los ist. Und ich kann es einfach nicht glauben, wie rücksichtslos mit diesen Lebewesen umgegangen wird. Eine andere Sache, die ich so super oft jetzt immer zugeschickt bekomme und drüber Bescheid weiß. Ich werde es jetzt einfach nur einmal kurz erwähnen, dass ihr wisst, dass ich es weiß. Ähm, Aline Bachmann versucht ja gerade zu rebranden. Und zwar unter dem Namen Shinaila oder irgendwie so. Jo, das ist das, was ich mich das letzte Mal gefragt habe. Warum sie Shinaila hier, heißt, auf Instagram, wo war denn das? Insta, nee, nicht Instagram. Wo war das? Irgendwas mit Shinaila? Dann habe ich das gefragt und ihr absoluten Ehrenmenschen, ja. Hab dann übel viel geschrieben, ey, hier, pass auf, das sagt da und da, wegen, äh, die hat damals so Lieder gemacht. Und, äh, die möchte Lieder machen oder hat damals Lieder gemacht. Und da hat die, äh, den Künstlernamen Shinaila gehabt und sowas. Also, absolut krass, was da auch für Informationen rauskam, ne. Also, Digges, Dankeschön. Ihr, ihr macht auch richtig mit. Dafür, dass das so mein Reaction-Kanal ist, ist das richtig krass gewesen. Ähm, deswegen, Kuss geht raus, wirklich. Viele haben das, also viele haben geschrieben, ey, auch das mit den Pferden. Ähm, das braucht so und so lange, bis man die ungefähr ausgebildet hat. Und, äh, man, man darf die aber, also, vier Wochen ist viel zu kurz. Und, äh, ja, also, mir wurde da vieles noch zugetragen. Fand ich sehr, sehr cool von Leuten, die auch Ahnung haben mit Pferden. Also, absolute Ehre, ja, für den Tag. Die Aktion, äh, macht richtig Bock. Und da bin ich auch so ein bisschen im Thema drin. Was dann auch bedeutet, dass ich eventuell auch mal wieder ein Videothema hab, ähm, zu dieser Thematik, ja, weil das mit den Pferden, ich find's auch, wenn's um Tiere geht, ich weiß nicht, irgendwie macht's mich umso trauriger, wenn, wenn Tiere Schaden erleiden, äh, weil jemand zu inkompetent ist, so ein Tier zu halten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Sylvia Wollny vielleicht ihr neuer PR-Manager ist oder so. Keine Ahnung, wie sie auf den Namen gekommen ist. Auf jeden Fall, ähm, nennt sie sich jetzt auf TikTok irgendwie auch Schneiler offiziell. Wenn wir schon beim Thema TikTok sind, by the way, folgt mir gerne auf TikTok. Sie ist dort auf jeden Fall ständig live, hat den neuen Namen. Ähm, ja, ihr schickt mir auch immer wieder Leistungsaufschnitte zu, wie sie wirklich dort jetzt die Leute, äh, in Lives, mit denen zusammen irgendwie live geht und auch dort irgendwelche TikToker kennenlernt und halt vollkommen verzerrte Darstellungen der Ereignisse präsentiert. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr interessant anzuschauen. Aber soviel dazu, sprechen wir lieber mal über die Pferde, weil darum geht es mir. Also, ich habe mit euch darüber gesprochen, dass sie ja diese drei Pferde hat, ähm, und zwei davon 100% nicht beritten werden dürfen. Dürfen, nicht nur können, sondern auch unter der Angabe, dass die nicht beritten werden dürfen, verkauft wurden, ehemalig. Jemand hatte mir jetzt erzählt, dass die Leute, die Aline Bachmann in Friesen verkauft haben, anscheinend Fans von Aline Bachmann sind, was einiges erklären würde. Ähm, aber da muss ich auch... Alter, als ob es Menschen gibt, die sich als Fans, als ob es Fans von Aline Bachmann gibt. Geht das überhaupt? Ist das möglich? Nach dem, was man öffentlich mitbekommt, kann man Fan von Aline Bachmann sein. Also, es ist halt wirklich ein Rätsel, weil dann müssen die Menschen halt schon ziemlich... Also, ich meine, so dumm trifft es halt noch nicht mal mehr. So, die müssen halt geistig völlig, äh... Egal, wie ich es jetzt ausdrücke, das Video wird so, das wird dann wieder gelb und dann bekomme ich am Ende noch eine Anzeige von Aline Bachmann, weil ich mich da negativ äußere. Aber ihr wisst schon ungefähr, was ich meine. Äh, das ist schon, das ist schon ein starkes Stück, äh, Fan zu sein von Aline Bachmann. Also, großen Respekt. Also, da wäre ich echt extrem stolz drauf, ja. Ich würde auch sagen, ganz ehrlich, shame on you, people, dass ihr dann sowas macht. Also, erstmal shame on you, warum seid ihr Aline Bachmann-Fans? Ja, man. Dass ihr dann sowas macht und dass ja vollkommen öffentlich auch gezeigt wird, wie dieses Tier beritten wird, das offensichtlich Schmerzen hat und dass von deren Seite irgendwie gar nichts kommt. Dann haben mir Leute ein paar zusätzliche Infos zu der Stute zukommen lassen, bei der ich ja nicht so informiert war. Und da ist das gleiche traurige Thema. Also, sie hat auf jeden Fall in Livestreams darüber gesprochen, dass sie tatsächlich mit dieser Stute züchten will, dass sie Fohlen haben will. Plotwist, das war eine Zuchtstute, die ausgedient hatte, ihr ganzes Leben lang gebären musste für Profit und jetzt in Rente gehen sollte, um dann bei Aline Bachmann zu landen und weiterhin für diese Zwecke benutzt zu werden. Yo, also, was ist hier los? Die Stute ist ebenfalls körperlich. Ich weiß nicht, mir wurde auch irgendwie gesagt, dass Dramadetektiv irgendwie auch Ahnung von dem ganzen Zeug hat. Keine Ahnung, Mann. Ich habe keine Ahnung, ob... Hat er mal irgendwas reingeschrieben? Also, Leute, die Haltung ist gemeldet. Was Organisation angeht, ist es eher schwierig, wenn es dabei um einen Einzelfall geht. Die haben auch nur begrenzte Ressourcen. Ach, Mann, ich weiß nicht, ob er sowas gemacht hat. Irgendjemand hat mir geschrieben, Dramadetektiv hat direkt richtig Ahnung in diesem Gebiet, auch unter anderem, und deswegen ist es schockierend. Ja, die Information, die er auch hat, ist wirklich echt interessant, ja, und sehr traurig zugleich, weil wenn ein Pferd halt einfach nicht mehr dazu eigentlich in der Lage sein sollte, das zu machen, ja, noch weiter auszutragen, und es wird trotzdem gemacht, ist das für mich einfach eine Quälerei, ja, weil ich denke, irgendwann ist die Zeit gereift, ja. Es ist halt traurig. Aber Aline Bachmann, ich habe so das Gefühl, dass sie ein großes Problem, ein großes empathisches Problem hat. Sozialverhalten könnte auch ziemlich schwer geschädigt sein. Also zumindest so, es wirkt von außen so, ich möchte es nicht als Fakt darstellen, aber es macht einem schon Sorgen, ne? Das muss man auf jeden Fall so sagen. Körperlich relativ ausgelaugt und darf nicht beritten werden. Erklärt mir mal, warum ich auf Aline Bachmanns Profil jetzt Folgendes gefunden habe. Sie sucht Reitbeteiligung für alle Pferde. Der Friese wird übrigens jetzt nicht mehr verkauft. Ich weiß nicht, ob es mit meinem Video irgendwie zusammenhängt, aber auf jeden Fall, der Friese wird jetzt nicht mehr verkauft. Stattdessen soll er jetzt wieder beritten werden. Hier seht ihr Reitbeteiligung auf Friesen Wallach. Dann, Hallöchen meine Pferde-Girls. An irgendwas erinnert mich das. Oh, ihre Formulierung. Ich bin auf der Suche nach einer zuverlässigen Reitbeteiligung. Zu deinem Profil oder was ich mir vorstelle, du solltest zuverlässig, geduldig und absolut gerecht sein. Meine Seelenpferde sind sensible, aber sehr lieb. Auch solltest du schon Erfahrung haben und das Reit nicht nur im Vordergrund stehen. Er wurde schonend angeritten. Okay, also der darf eigentlich nicht beritten werden, ne? Das müsste das Pferd sein, das gar nicht beritten werden darf. Wir haben Videobeweise dafür, dass das nicht stimmt. Aber okay, man kann so viel Blöden... War das das Pferd oder war es jetzt nicht das Pferd? Das ist jetzt gerade eben die Frage. Weil es gab ja auch Pferde, die nicht beritten werden dürfen. Und das hat ja unter anderem Aline gemeint, dass sie beritten werden und so. Und das ist ja auch schon Tierquälerei, was das angeht. Bei dem scheinbar darf es beritten werden. Das bin ich mir jetzt nicht so sicher. Kann schon sein. Weil sonst hätte das jetzt damals Detective wahrscheinlich nicht so gesagt. Ich komme mit diesen drei Pferden komplett durcheinander. Für mich ist es ein Pferd ein Pferd. Da gibt es für mich keinen großen Unterschied. Genauso wie bei Menschen, ja? Egal, ob welche Hautfarbe Mensch ist Mensch. Ja, genau so ist es. Ich bin auch kein Deutscher. Ich bin Europäer. Nee, ich bin eigentlich... Ich bin einer, der auf der Erde halt ist. Ein Lebewesen bin ich einfach. So ein Ding. Und alles Weitere wird besprochen. Tage kannst du dir flexibel einrichten nach Absprache. Mit freundlichen Grüßen, Aline. Da hört es noch nicht einmal auf, denn wir haben jetzt ein bisschen über die Stute gesprochen, die bei Aline ist. Wir erinnern uns. Sollte in Rente gehen. Wird jetzt aber anscheinend mit dem Plan zu züchten gehalten. Plus darf nicht beritten werden. So. Zweite Anzeige auf Alines Profil. Reitbeteiligung auf... Ach man, warum ist denn das immer dort? Okay, also hier steht einfach jetzt bloß, bei mir genau auf der Facecam steht jetzt Reitbeteiligung auf Lieber Vollblutdame. Hier. Ihr seht es nochmal hier. Lieber Vollblutdame. Oh mein Gott, die hat nicht mal einen eigenen Text bekommen. Die hat einfach nur Sachen aus dem Text vom Friesen genommen und da wieder mit reingepostet. Dasselbe auch bei dem anderen Vollblut, das anscheinend beritten werden darf. Da versuche ich aber noch mehr Infos rauszufinden. Okay, also der Rest darf eigentlich nicht beritten werden. Aber sie hat sie beritten sozusagen. Was eigentlich nicht... Ich weiß nicht, inwiefern man da Strafen bekommt. Aber ich denke schon, das zählt ja wahrscheinlich schon unter Tierquälerei, wenn die eigentlich nicht dafür gemacht sind. Aber da wird auch wieder eine Reitbeteiligung gesucht. Da hat sie auch wieder einfach nur Textbausteine aus dem anderen Kasten genommen und eingefügt. Jetzt weiß ich voran, mich Hallöchen meine Pferde-Girls erinnert. Kennt ihr diese eine Frau, die in dieser komischen Urin-Haarbehandlungsgruppe? Ja, sowas gibt's. Anscheinend machen das Leute wirklich, sich einfach in die Haare zu schmieren und das dann nicht mal auszuwaschen. Und sie hat auch diesen Post mal gemacht, so, hello my urine angels. Oh mein Gott, daran muss ich denken. By the way, hat das bei mir einen ziemlichen Schock ausgelöst, das Post gesehen zu haben. Woher weiß, Drama-Detektiv, sowas? Also, jetzt sag ich mir wahrscheinlich Gedanken, das ist gar nicht gut. Und zu erfahren, dass Leute das wirklich machen und dann nicht auswaschen. Weswegen ich entschieden habe, in meinem ganzen Leben nur noch Menschen zu umarmen, die entweder so klein sind, dass ihr Kopf mich nicht berühren kann, oder so groß sind, das dürfen dann die wenigsten sein bei 1,88 Körpergröße, dass ihr Kopf mich nicht berührt. Weil, what the actual disgustingness. Eine Sache, die jetzt mit dem ganzen Rest nichts zu tun hat, aber die ich irgendwie ein bisschen witzig finde, ist die Zufriedenheit bei Ebay-Kleinanzeigen, was Aline angeht, ist bei, naja, das beschreibt die ganze Situation echt, naja, eigentlich nicht annähernd schlimm genug. Also Leute, so viel dazu. Jetzt soll der Friese also nicht mehr verkauft werden. Wisst ihr, viel schlimmer hättest ihn wahrscheinlich nicht treffen können. Es wäre am Ende vielleicht besser gewesen, wenn er verkauft worden wäre. Aber wer weiß, was er am Ende mit dem Geld gemacht hätte, sich das nächste Pferd angeschafft. Keine Ahnung. Also, wir haben hier Pferde, die so gehalten werden, wie sie überhaupt nicht gehalten werden dürfen. Da gibt es ja dann gar keinen Diskussionsspielraum mehr. Da ist es jetzt nicht irgendwie die Frage, finden wir das moralisch gut, was mit Pferden gemacht wird. Sondern hier ist explizit auch angegeben, nein. Einfach nein. Okay, also es ist nicht eine subjektive Wahrnehmung. Es ist faktisch nicht erlaubt, das so zu machen, wie es Aline macht. Sie macht sich damit wahrscheinlich halt wieder strafbar. Genauso wie sie sich überall strafbar macht. Haut dann ab Anzeigen an andere YouTuber raus. Erhofft sich da irgendwas. Aber das meiste wird fallen gelassen, weil Aline da halt mies reinscheißt. Boah, ich weiß nicht, wie man so eine Person sein kann. Was ich noch weniger weiß ist, wie man Fan sein kann. Was ich noch weniger verstehe ist, wie kann man diese Person unterstützen? Ja, also die macht ja wirklich das, was du alles mitbekommst. Ich denke, die ist auch auf einem ganz anderen Trip. Also irgendwie irgendeine Krankheit, die die haben. Zumindest psychisch kann ich mir nur vorstellen. Du kannst nicht so handeln, das geht eigentlich nicht. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Also du kannst, also das ist wirklich ein großes Rätsel. Auch als Zuschauer, auch als Fan von ihr. Da muss psychisch, also da ist der IQ, kann fast nicht, ja, meines Erachtens nach, kann er nicht höher als 50 sein. Um, um den Content sich da wirklich ernsthaft reinzuziehen, zu sagen, ey Aline, wirklich, du machst guten Content. Es ist ja wirklich so unangenehm. Es ist so cringe einfach, das, es macht mich fertig sowas. Es macht es trotzdem. Ich meine es auch vollkommen ernst. Bitte, wenn ihr irgendwie eine Form der Intervention kennt, dass man diesen Tieren helfen kann, sagt es mir. Weil ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Ich weiß es nicht. So, Veterinärämter sind sowieso immer so desinteressiert. Wenn man sie informiert, dann passiert irgendwie gefühlt nie was. Speziell, wenn es um sogenannte Nutztiere geht. So, interessiert den Scheißdreck. Die sind sowieso meistens mit irgendwelchen Schlachthöfen und Bauern und was weiß ich alles unter einer Decke. Mega schade, dass es ein Proforma-System gibt, das aber einfach nicht greift. Ähm, ja, und ich weiß langsam einfach nicht mehr weiter. Keine Ahnung, kann man Peter anschreiben? Ich weiß es nicht. Also, falls ihr irgendwas wisst, schreibt mir das bitte. Und, äh, vielleicht lässt sich diesen Tieren irgendwie helfen. Weil, ich finde, das kann so nicht weitergehen. So. Okay, ja, also es ist auf jeden Fall spannend, dass, äh, dass Aline hier schon wieder richtig reinscheißt, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, Aline bei jedem, ohne Scheiß, es kommt jeden Tag gefühlt ein Video zu Aline Bachmann online, ne? Ich persönlich habe mich da jetzt so eine Zeit lang rausgehalten. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch ein Video dazu. Aber, weil das alles so viel ist und sie bringt jeden Tag einen neuen Skandal. Das müsst ihr euch mal überlegen. Also, ganz großen Respekt wirklich an Aline Bachmann. Das musst du erst mal schaffen, jeden Tag gefühlt einen neuen Skandal zu bringen. Also, wirklich big props. Ähm, ja. Weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Es ist eine Schande. Es ist ekelhaft. Und, äh, mir fällt dazu halt auch nichts Positives ein. Ja, keine Ahnung, wie die halt noch Anhänger haben kann. Aber, das wird sich vielleicht irgendwann... Irgendwann werde ich vielleicht dahintersteigen, ja? Weshalb sie so beliebt ist bei einigen. Auf jeden Fall, danke schön fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support hier auf dem Kanal. Und, äh, ja. Lasst gerne ein Abo da und, ja. Checkt das Video von Drama Detective aus. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Kuss geht raus.